Einen wunderschönen guten Morgen! Ein Träumer ist jemand, der seinen Weg im Mondlicht findet und die Morgendämmerung vor dem Rest der Welt sieht. Also, seid ihr Träumer? Dann seht ihr öfters die Zukunft, weil ihr Ideen habt. Weil ihr wisst, ah, da könnte man was machen. Was dieser Spruch allerdings meiner Meinung nach vermissen lässt, ist halt, dass der Träumer auch handelt. Weil, äh, meiner Erfahrung nach ist es meistens so, dass die Leute, die träumen, diese Träume eher weniger in die Tat umsetzen. Beziehungsweise muss man immer auch dazu sagen, nicht alle Träume sind wirklich umsetzbar. Gerade kreative Leute, so glaube ich, haben so viele Träume oder Ideen, dass man ihnen auch an dieser Stelle klar sagen muss, es ist nicht alles, ähm, sofort machbar. Auf der anderen Seite, diese Leute sehen die Zukunft und sollen sie auch anpacken. Das vermisse ich so ein bisschen an dem Spruch, ansonsten ist der halt metaphorisch unglaublich, äh, äh, ja, hochtramt, weil Mondlicht und Morgendämmerung ist das nicht schön. Also hier ist er nochmal. Ein Träumer ist jemand, der seinen Weg im Mondlicht findet und die Morgendämmerung vor dem Rest der Welt sieht. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und solltet ihr für die nächste Woche nicht dabei sein, so lebt wohl! Also, in diesem Sinne, representations Muy möglich! Musik